Guten Abend liebe Community, hier ist Devin, der Nachhinein-Kanal mit den aktuellen News und wir kommen wieder zu der Promi-Welt. Um ihr mittlerweile verzerrtes Album Golden zu präsentieren, kommt Australiens Pop-Superstar Kylie Minogue im März war ein einziges Konzert nach Deutschland. Da spielt sie nicht etwa in einer großen Arena, sondern im berühmt-berüchtigten Bergheim. Der Auftritt in dem Berliner Techno-Tempel findet am 20. März statt und ist das letzte von europaweit nur fünf Auftritten, bevor Golden Anfang April erscheint. Dem Bergheim-Gästen verspricht sie via Twitter eine intime Show. Der Verkaufsstart ist im Übrigen am 15. Februar um 10 Uhr auf technik-master.de